Wussten Sie? Wir testen viermal häufiger als im Frühjahr, finden jedoch weniger Covid-Positive? Eines wird immer deutlicher. Die schwarz-grüne Angst- und Panikmache geht vollkommen an der Realität vorbei. Auch der renommierte Virologe Hendrik Streak meint ganz klar, dieses Virus ist nur für wenige tödlich, genauso wie viele andere Viren auch. Nun scheint in dem für Corona-Ampel zuständigen Gremium im Gesundheitsministerium der Frust über die Politik der Regierung größer zu werden. Scheidet mit dem Infektologen Günther Weiß jener Klinikdirektor aus, welcher mit Sätzen bekannt wurde wie, wir sollten mehr Normalität wagen oder, wenn jemand asymptomatisch ist, jedoch im Abstrich positiv ist, stecken sich nicht viele an. Daher spricht er sich auch gegen die Massentestungen von gesunden Menschen aus. Schwarz-Grün hat den Corona-Wahnsinn längst zu einer Glaubensfrage gemacht. Wie mit vom Glauben abgefallenen Heretikern umgegangen wird, hat man vergangene Woche ein Beispiel des regierungskritischen Mediziners Dr. Pierre Eifler gesehen. Wir sehen aber auch, dass das System restriktive Antworten parat hat. Wenn ich etwa an den Arzt denke, der da kürzlich aufgrund einer oder von Anzeigen, wo er dann quasi gegen medizinische Regeln verstoßen haben soll, was viele Experten auch nicht so sehen, dann Besuch vom Verfassungsschutz der Republik Österreich bekommt. Dann weiß man, dass das System offenbar beginnt, sich mit Händen und Füßen zu wehren und nicht argumentieren will, sondern mit Restriktionen gegen andere Meinungen vorgeht. Und da werden wir Freiheitliche sehr, sehr wachsam sein, nicht müde werden, diese Dinge aufzuzeigen, sie anzubrangern und insgesamt sehr, sehr hart ins Gericht zu gehen mit einer völlig verfehlten Strategie der Bundesregierung.